ich werde mal kurz bevor ich weiter rolle also weiter dingster mal eben gucken wie das mit dem gießzyklus genau also nach der nächsten werbung komme ich mal gucken ok ich komme nach der nächsten werbung wieder ok ich weiß das ist voll dumm aber ich mache es noch mal ja gut hilft nichts oder ach komm ok geil da hat sich das ja diesmal sogar gelohnt krass ähm nein joa gut zu wissen ok na dann ja 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 Okay, das fängt schon mal gut an. Okay, das fängt schon mal an. natürlich ok 으 으 으 으 으 으 으 Okay, zwei neue Blüten ist doch schon mal geil. Okay, vielleicht nicht, was ich mir gewünscht habe, aber besser als erstmal nichts. So, wenn ich das jetzt nochmal mit sich selbst kreuze, dann funktioniert das zwar irgendwie schon, aber damit kriege ich die Seite. Damit kriege ich beide Seiten. Okay. Natürlich. Komm, bei einem der beiden... Okay, da. Sehr gut. Patsch. So, letzter Versuch, den ich hab. Da sollte ich vielleicht... G13 Hells braucht schon andere Temperaturverhältnisse. Ich versuch's erstmal. Na, okay. Okay, das wäre echt klasse, wenn's klappt, weil das ist meine letzte, aber... Okay, ich versuch's. Okay, gut. Da haben sich die Diamanten jetzt wenigstens gelohnt. Patsch. So. Jetzt fehlt nur noch... Also klar müssen alle Sorten auf die letzte Stufe noch gebracht werden. Das ist lustigerweise überall genau... Ne, doch nicht. Ich wu grad sagen, ist überall derselbe Wert, aber stimmt nicht. Aber es fehlt vorher noch... Die Jack Harrah, die ist noch nicht lila. Darum kümmern wir uns jetzt. Okay, die hab ich auch noch zur Wahl. Die hebe ich mir jetzt aber mal auf. Was ist, wenn ich Jack Harrah mit sich selbst kreuze? Okay. Integrieren wir mal ruhig die anderen Sorten noch. Auch wenn ich dann vielleicht öfter drehen muss. Ja, 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 ja. Bis zum nächsten Mal. Hmm, okay. Bis zum nächsten Mal.